Seid gegrüßt zurück zu Stronghold Crusader. Wir rücken näher an den Roten ran. Versuchen seine Verteidigung zu dezimieren. Funktioniert sogar sehr gut. Besser als erwartet. Wir sind auch ziemlich dicht an seiner Burg dran. Gut und wir haben die maximale Größe unserer Armee erreicht. Dann kommen wir jetzt noch ein bisschen näher ran. Hier auch. So. Sind auf dem Weg. Und ihr noch näher ran. Und ihr hackt mal ein bisschen auf die Mauer ein. Eure Befehle in Bewegung. Und ihr noch näher ran. Könnt die nicht mehr treffen oder wie. Ja schießt auf die Burg. können. Das ist tatsächlich gewisserweise am besten. Ähm. Ihr müsst mal hier helfen. so. Ich schießt jetzt auf das was hier ankommt. Ach hier hinten stehen die anderen. Ich hab mich schon gewundert. Mein Bogen ist euer. Pfeile bereit. So. Dann schießt die jetzt nochmal auf den Turkern. Und verteilt wie die dann fliegen die äh. Pfeile. Ich hab die alles mögliche. Und da kommen unsere Lanzenträger. Ja. Und sie haben es geschafft. Tut mir nicht weh. Bitte nicht. So. Dann können wir eigentlich mit der ganzen Kolonne weiter. Den blau. Der blau hat. So. Nix dagegen zu setzen. Er hat nämlich nicht genug Häuser. Das hat auch glaube ich nichts mit der Burg zu tun. Eine Nachricht der Ratte. Kein Grund zur Panik. Ratte. Kein Grund zur Panik. So. Jawohl. Ja bitte. Aber natürlich. Ihr könnt auf uns zählen. Die Waffenkammer ist voll. Mein Kinderspiel. So. Hier auch. Oh. Das würde überleben. Aber. Das ändert nichts. Wenn ihr mal das Torhaus einreißen. So. So. Gucken wir mal was passiert. Wie viele Soldaten hat er am Schluss. Und er greift an. Ah. Er kann ja jetzt was Soldaten herstellen. Kurz. Weil. in der Kürze. Nichts. Da war. Was denn das. Achso. Bei der Konz. Bei uns. Bitte. Ein bisschen weiter vorne. Ist ja aus unerklärlichen Gründen. Einfach. Verschwunden. Ich vermute tatsächlich. Er ist durch Fallbeschuss zerstört worden. Es werden Rekruten benötigt. Seier. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt. Seier. Bin zur Stelle. Ich stelle mal ein bisschen schneller. Es werden Rekruten benötigt sein. 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 Bin zur Stelle. Ich stelle mal ein bisschen schneller. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt sein. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt sein. Darf uns zählen. Wieso hat er die jetzt eigentlich umgekriegt? Also da ist nichts aus dem rum. Bin zur Stelle. Ein Rekruten benötigt sein. Ich stand von mir einfach nur noch rum. Würde mich nicht wundern, wenn der jetzt als nächstes auf uns zählen angegriffen wird. Er hat jetzt gar nichts mehr auf dem Bergfried. Er hat mehr Bugenschützen auf dem Bergfried gehabt, als ich gedacht habe. Das wird beim Schwarzen zum Beispiel nicht der Fall sein. Der Gelbe scheint sehr viel zu schütteln zu haben. Das wird noch interessant. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt sein. Es werden Waffen benötigt sein. So. Ähm. Erstens. Warten wir hier. So was. Und. Ach jetzt ist mir mit den Farmen auch egal. Es werden Waffen benötigt sein. Wer braucht schon einen Farm. Wir haben eine Menge Fleisch. So einen Speicher. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt sein. Es werden Rekruten benötigt sein. So. Befehle. Ein weiter Weg. Geht mal. Die Ratte jagen. Ich bin zur Stelle. Womit kann ich dienen? Ihr könnt auf uns zählen. Bin zur Stelle. Ihr könnt auf uns zählen. Bin zur Stelle. Ja. Rücken aus. Hier geht doch mal nach dem Turm, damit der nicht so leer aussieht. Hier können wir mal reparieren. Dann. Eine Nachricht der Ratte. Womit habe ich das verdient? Ich hätte euch vernichten sollen. Hop, hop, hop. Blaue. Ach so. War immer noch im Angriff. Interessant. Ihr könnt auf uns zählen. Es werden Waffen benötigt sein. Die Rollsfüller hoffen. Ihr könnt auf uns zählen. So. So. Mein Bogen ist teuer. Sind auf dem Weg. Ihr kommt mal her. Oh ja. In Bewegung. Rücken aus. Und hierher. Euren Wunsch. Die Tür auch noch her. Die Tür zu ist. Können die nämlich nicht, ob ein Berg friert. Äh. Ach scheiße. Weil der so viel Geld hat. Äh. Da steht das Ausbildungslager. Ja. Gut. Komm. Die sollen ruhig hinterher kommen. So. Zerstört das Ausbildungslager nochmal. Ähm. Dann machen wir jetzt Verstärkung. Ja. Der hat so viel Geld, dass der die ganze Zeit nach produzieren kann. Eine Nachricht der Ratte. Ich hatte mein Vorgehen gut geplant. Ihr könnt euch nicht gemessen. Wir seien der Herrscher. Wir seien der Herrscher. Okay. Ihr könnt euch mittlerweile durch den Hutbogen schützen, dass das kein Problem ist. Ein weiter Weg. Hopp. Runter. Die Leute verlassen die Burg. Oh. Ähm. Das hättet ihr mir auch ruhig früher sagen können. Ihr habt nicht genügend Gold. Kommt ein bisschen spät. Kommt ein bisschen spät. Das Volk scheint euch nicht geneigt zu sein, mein Lord. Womit kann ich dienen? Nicht geneigt zu sein. Aber natürlich. So. Kommt mal her. Zerstört das Tor. Ähm. Holz brauchen wir auch. Eine Nachricht der Ratte. Kein Grund zur Panik, Ratte. Kein Grund zur Panik. Alles wird tun. Jawohl. Nennt ein Kind. Wie kein leichtes. Ihr könnt uns zerlügen. Ja. Eine Nachricht der Ratte. ja wir sind jetzt könnte der rest aufklappen ist unglaublich den kornspeicher bis er voll ist gut ich denke das ist reichend wieviel gold hat er noch das ist echt bescheuert ja gut aber er hat diese lanzenträger armee nicht mehr das heißt diesmal kann ich ihn wirklich kaputt halten benötigt sein zur stelle die goldvorräte sind zu knapp sei ja die goldvorräte ihr habt nicht genügend güter bin zur stelle was soll ich nur ohne die goldvorräte machen eure beliebtheit steigt es werden rekruten benötigt sei es werden rekruten benötigt sei bogenschützen bereit ein weiter weg ein weiter weg dann schwarz machte eine große wunsch was soll der uns in der soldaten müssen da wird wir können aus mein bogen ist teuer wir können das zählen hier das problem jetzt gelöst ein weiter weg ein erträglicher ausverlust dann gucken wir mal das wir haben nicht genügend gold bin zur stelle es werden rekruten benötigt eine nachricht der ratte womit habe ich das so ich hätte euch verlichten sollen eure bürger ist mal genug ein weiter weg zumindest genug für die belagerung so genau so schnell wie die bogen aber eigentlich gar nicht ist das gut ist das nicht mal zumindest fast so schnell eine nachricht der ratte kommt mal hier rum die müssen jetzt ausgeschaltet werden das ist wahr bin zur stelle es werden rekruten eine nachricht der ratte kein grund zur panik alles wird gut dann haben wir das geklärt jetzt können wir aufmachen hat ja lang genug gedauert es werden rekruten benötigt sein ihr könnt auf uns zählen und das dauert auch lang genug wohin gehen wir das dauert lang und hoch diesmal müsste es klappen vielleicht sind wir da ja doch noch seine burke nicht so oh wo kam die denn die waren ein bisschen später so dann sammelt ihr euch jetzt hier unten und und wir bauen die nächste armee aus aber an der stelle bedanke ich mich fürs zusehen wünschen einen gesegneten tag und wir sehen uns dann beim nächsten mal tschüss 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 0